Der Slendertone Armtrainer ist ein einfach zu benutzender und effizienter Muskeltoner, dessen Wirksamkeit innerhalb von weniger als sechs Wochen klinisch bewiesen ist. Der Slendertone Armtrainer verfügt über unsere patentierte Electrical Muscle Stimulation Technologie EMS, die dank der speziell konzipierten Armbinde und der wiederaufladbaren Steuereinheit großartige Toningergebnisse liefert. Dank unserer ausgereiften EMS-Technologie kann der Slendertone Armtrainer Signale über die in die Armmanschetten integrierten Elektroden an ihren Trizeps senden, um sich zusammenzuziehen und wieder zu entspannen. Die patentierte Technologie von Slendertone sorgt dafür, dass ihre gesamte Armmuskulatur beansprucht wird und nicht nur die Unterding-Elektroden. So können Sie sicher sein, dass Ihre Oberarmmuskeln bei jeder Nutzung der Manschetten perfekt trainiert werden. Die beiden leicht anzulegenden Armmanschetten stärken Ihren Trizeps und straffen Ihre Arme. Die immense effiziente EMS-Technologie führt nachweislich innerhalb von nur sechs Wochen zu sichtbaren Ergebnissen. Wir empfehlen den Slendertone Armtrainer drei bis fünfmal pro Woche insgesamt sechs bis acht Wochen lang zu benutzen, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Mit seinen drei Toning-Programmen und 99 Intensitätsstufen ist der Slendertone Armtrainer das perfekte Gerät, um Ihre Oberarme zu kräftigen, zu straffen und zu definieren, ohne sie aufzupumpen. Slendertone verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung als weltweit führender Hersteller von effizienter und klinisch getesteter EMS-Toning-Technologie. Jedes einzelne unserer Geräte ist so konzipiert, dass es sich leicht in Ihren Alltag integrieren lässt und trotzdem auf konkrete Resultate abzielt. Weitere Informationen über Slendertone Produkte finden Sie im Internet unter www.slendertone.com Bei Fragen steht unser Kundenservice Ihnen natürlich zur Verfügung.